Ein Schritt in Richtung auf das Neue, das zukünftige, aber mit aller Gewissheit und Sicherheit, die uns der Weg verleiht, den wir schon zurückgelegt haben. Mehr als 100 Jahre Geschichte aus Iwuchi in der Metropolregion von Porto Alegre, ein Schritt in die ganze Welt der Möglichkeiten. Am Institut Iwuchi beginnt die Ausbildung der Schüler bereits im Kindergarten. Führt über die Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe zur universitären Graduierung und Postgraduierung. Und eine bilinguale Erziehung und Ausbildung, portugiesisch, deutsch, sind Realität für alle Kinder ab dem dritten Lebensjahr. Infrastruktur, Erreichbarkeit, Nachhaltigkeit. Die Gegenwart leben und neue Herausforderungen meistern. Wie beispielsweise in unserer neuen schulischen Oberstufe, welche unterschiedliche Schwerpunkte anbietet. Humanwissenschaften in Verbindung mit Kommunikation oder Mathematik und Naturwissenschaften. Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für Kindergarten und Grundschulen. Technikerkurse im Bereich von Grafikdesign sowie der Informatik. Dabei wird jeder Bildungsgang ergänzt durch Musik, Technologie, Sprachen, Sport und Kunst. Die hochschulische Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer führt zu verschiedenen Abschlüssen. Allgemeine Pädagogik, Musik, Geografie, Geschichte, Sprachwissenschaft, Portugiesisch, Englisch-Portugiesisch oder Deutsch-Portugiesisch. Ein weiterer Abschluss ist allgemeine Pädagogik als zweiter Lehrgang mit dem Schwerpunkt auf bilinguale Erziehung. Austauschprogramme, finanzielle Anreize, Wohngelegenheiten, Fortbildungskurse für Lehrträfte. Die Hochschule bietet außerdem Sprachkurse in Englisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch. Werde Teil dieser Welt der Möglichkeiten. Ein Schritt in Richtung auf das Neue. Ein Schritt in Richtung neuer Horizonte. Ein Schritt in Richtung Ein Schritt in Richtung